Die große Frage steht im Raum. Wird Deutschland erneut auf dem letzten Platz beim Eurovision Song Contest landen oder haben wir dieses Jahr endlich gute Chancen auf den Sieg? Lasst uns einen Blick auf die vielversprechende Teilnehmerin werfen, Marie Reim, die talentierte Tochter der Schlagerikone Michelle. Genau gehört, 23 Jahre nach Michelles Wer Liebe lebt, will Marie ihr Glück beim Eurovision Song Contest 2024 in Schweden versuchen. Inspiriert von Michelles Erfolg im Jahr 2021 präsentiert Marie ihren eigenen Song Naiv. Und worum geht's? Natürlich um die Liebe. Doch dieses Mal unter dem Motto Naiv und nicht unsterblich. Die junge Sängerin ist fest davon überzeugt, dass Schlager perfekt zum Eurovision Song Contest passt. In einem Interview betont sie, Schlager kann sympathisch, frisch und ein bisschen sexy sein. Marie ist bereit, es allen zu zeigen. Könnte sie die nächste Lena Meyer-Landrut werden und den Sieg mit nach Deutschland nehmen? Aber Moment mal, bevor es zum großen Finale kommt, muss Marie sich erst beim ESC-Vorentscheid beweisen. Die Jury wird noch genau hinschauen, ob sie das Potenzial hat, die Herzens Europas zu erobern. Wir drücken Marie auf jeden Fall die Daumen und hoffen, dass sie ganz weit kommt. Mutter Michelle sowie der Vater Matthias Reim dürfen unglaublich stolz auf ihre Tochter sein. Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr denkt. Hat Marie gute Chancen auf den Sieg? Abonniert den Kanal, um keine weiteren Schlager-News zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, vielleicht mit einer Siegermeldung für Marie.